Wir machen inzwischen vieles online. Shoppen, Bankgeschäft erledigen, Zugtickets kaufen usw. Online abstimmen aber, das hat noch Seltenheitswert. Der Bund will mit dem E-Voting vorwärts machen. Jetzt hat ein breit abgestütztes Komitee eine Volksinitiative angekündigt für ein vorläufiges Verbot. Eins, zwei, drei! Dem E-Voting den Stecker ziehen, das wollen Politiker von links bis rechts sowie IT-Spezialisten. Zu wenig sicher, zu wenig transparent sei E-Voting heute und gefährde damit die Demokratie. Wir wollen heute auch mit den grossen Cyberrisiken, die international vorherrschen und eindeutig hier sind, Grossmächte, die heute versuchen, in Wahlen und Abstimmungen Einfluss zu nehmen. Für uns ist dieses Risiko zu gross. Trotzdem, bis heute haben 15 Kantone mit E-Voting experimentiert. In über 300 Urnengängen. Geht es nach dem Bundesrat, steht bald in der ganzen Schweiz E-Voting zur Verfügung. Eine entsprechende Vorlage ist in der Vernehmlassung. Mit Annahme der Initiative wäre E-Voting für mindestens fünf Jahre verboten, bis eine Lösung so sicher ist wie an der Urne. Der Stopp, ein Fehler, findet Matthias Jauslin, E-Voting-Befürworter und FDP-Nationalrat. Diese Sicherheitsbedenken sind natürlich ernst zu nehmen. Da gebe ich den Initianten recht. Auf der anderen Seite haben einige Kantone bereits heute E-Voting eingeführt und machen Versuchsbetriebe. Also ich denke, auf diesem Trip müssen wir weiterarbeiten. Doch die Systeme sollen nicht nur sicher, sondern auch nachvollziehbar sein. Nicht nur Fachpersonen, sondern alle sollen den Prozess verstehen, wie heute. Die Transparenz wird heute beim ersten und zweiten Stimmkanal so geschaffen, dass in den Stimm- und Wahllokalen StimmenzählerInnen aus allen politischen Himmelsrichtungen versammelt sind, sich gegenseitig kontrollieren. Nur wenn jeder Stimmberechtigte, jeder Stimmberechtigte selbst nachprüfen kann, ob korrekt gezählt wird, ist auch das Vertrauen von jedem Mann und jeder Frau ins Resultat vorhanden. Ob das je ein System leisten kann, ist unklar. Für die Initianten heisst es jetzt, Unterschriften sammeln. Damit beginnen sie aber erst, sobald sie 10'000 Unterstützerinnen und Unterstützer gefunden haben. Die suchen sie natürlich online. Das war's von uns für Sie. Weiter geht's auf SRF 1 mit Mete und SRF Biederlüt. Familiensache. Einen unterhaltsamen Abend und bis bald.